Moin Pyros und Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Video Das ist niemals 30mm, das ist sogar 50mm Wie spät der Knaller überhaupt auch erst hierher kommt, musst du ihn mal reinziehen Das sind locker keine 30mm, naja egal, wir konzentrieren uns jetzt mal hier drauf, wenn die mal aufhören würden Naja, was heißt aufhören würden, finde ich geil sowas Gut, Vergleich, die von Veko haben 4,5g NEM, die von Komet haben 6g NEM Ich bin nicht gespannt welcher besser ist, wir fangen mit Komet an Ja, in Ordnung Veko Dann machen wir noch einen von Komet Ja, in Ordnung Und jetzt von Veko Ja gut, der ging, also die halten sich gleich ab, wobei ich finde, dass Veko besser ist, ne? Ja, so ganz leicht, aber Veko sind gut Ja Also für beide auf jeden Fall klare Kaufempfehlungen Wer mehr Cubis haben will, kann sich die vom Aldi Nord holen, wo 15 Stück drin sind Ja, dann müsst ihr jetzt ein bisschen rechnen und so, was sich mehr lohnt Vom Preis her Naja, auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen Pyros Wir sehen uns in einem nächsten Video Bis dahin, bleibt sauber und macht's gut